Die Erde. Unser Zuhause. Aus der Ferne betrachtet sieht sie aus wie seit tausenden von Jahren. Doch kommt man ihr ein bisschen näher, erkennt man, dass wir sie verändert haben. Wir gestalten unsere Welt. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich das Antlitz der Erde so stark gewandelt wie nie zuvor. Heute erschaffen wir eine moderne Welt. Mit einer Geschwindigkeit, die unvorstellbar erscheint. Ganze Landschaften verändern sich im Handumdrehen. Wir erobern das Innere der Erde. Strecken uns bis hinauf in die Wolken. Und machen beides für uns bewohnbar. Wir leben in einer Welt, die wir nach unseren Vorstellungen geformt haben. Willkommen auf der Großbaustelle Erde. Bis zum nächsten Mal. net